Hallo, leidenschaftliche Fans von Borussia Mönchengladbach. Heute haben wir ein besonderes Interview mit unserem Neuzugang, Maximilian Wöber, der begeistert ist, Teil der Fohlenelf-Familie zu sein. Lassen Sie uns Max und seine Erwartungen an diese neue Reise beim Borussia besser kennenlernen. Max, herzlich willkommen in unserem Verein. Wir wissen, dass der erste Tag in einem neuen Verein stressig sein kann. Wie fühlst du dich? Wöber, der erste Tag ist immer hektisch mit allen medizinischen Untersuchungen und Tests. Aber ich freue mich noch mehr darauf, meine neuen Teamkollegen kennenzulernen und endlich auf dem Platz zu stehen. Warum hast du dich entschieden, zum Borussia zu wechseln? Wöber, Borussia ist ein absolut traditioneller Verein, der immer sehr interessant für mich war und ich habe gerne die Spiele verfolgt, besonders weil viele Österreicher hier gespielt haben. Der Verein hat eine solide Bundesliga-Historie über die Jahrzehnte hinweg. Es ist eine äußerst attraktive Möglichkeit, auf die ich mich freue. Du hast das Trikot mit der Nummer 39 in der Fohlenelf gewählt und die österreichischen Spieler der Vergangenheit erwähnt. Hast du dich von jemandem besonders inspirieren lassen? Wöber, natürlich kenne ich Martin Stranzel noch und weiß, dass er hier eine Zeit lang Kapitän war. Zu der Zeit war ich noch ein Junge und war dem Profifußball sehr fern. Das sind große Fußstapfen, denen ich folge. Anfangs wusste ich nicht viel darüber, aber ich habe es nur beim medizinischen Check gesehen, als ich sein Trikot mit der Nummer 39 gesehen habe. Ich hoffe, es ist ein gutes Omen für mich. Wie würdest du deinen Spielstil beschreiben? Wöber, ich bin ein Kämpfer, ein Krieger auf dem Platz. Ich gebe in jedem Spiel alles. Außerdem glaube ich, dass ich eine gute Ballkontrolle habe und das Spiel aus der Defensive beeinflussen kann. Es ist komisch, über sich selbst zu sprechen, aber ich denke auch, dass ich eine Führungsqualität auf dem Platz habe. Ich möchte diese Mentalität in mein neues Team bringen. Borussia hatte in der letzten Saison einen Zuschauerrekord. Das Borussia-Parkstadion war immer voll. Begeistert dich das auch? Wöber, auf jeden Fall. Ich habe bereits einen Blick auf das Stadion geworfen und habe das Gefühl, dass dort unglaubliche Dinge passieren können. Ich freue mich auf die ersten Heimspiele und kann es kaum erwarten, unsere Fans zum ersten Mal aus der Nähe zu sehen. Ich werde es lieben, nach den Spielen mit ihnen zu feiern. Jetzt möchten wir die Meinung von euch hören, den Fans von Borussia Mönchengladbach. Was haltet ihr von der Ankunft von Maximilian Wöber? Seid ihr begeistert von dieser neuen Verstärkung für unser Team? Lasst eure Meinungen in den Kommentaren da und lasst uns Max mit unserer ganzen Unterstützung und Leidenschaft für Borussia willkommen heißen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.